Die Bausparkasse Schwebeschall ist das größte Unternehmen in der baden-württembergischen Stadt. Am Standort arbeiten mehr als 3300 Beschäftigte aus einem großen Einzugsgebiet. Mit einer umfassenden Digitalisierungsstrategie geht die Bausparkasse neue Wege für orts- und zeitflexibles Arbeiten und damit für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In letzter Zeit ist den Mitarbeitern immer wichtiger geworden, auch von zu Hause arbeiten zu können. Und das haben wir jetzt realisiert. Gerade in unserer Branche mit den sensiblen Daten ist es sehr, sehr schwierig hinzukriegen. Und ich denke, da sind wir innovativ jetzt ganz gut dabei. Die Bausparkasse hat sich zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für hohe Investitionen in die digitale Infrastruktur entschieden. Durch eine digitale Akte im papierlosen Büro und die Weiterentwicklung der Betriebsvereinbarung Telearbeit gewinnen die Beschäftigten entscheidende Flexibilität. Damit haben wir die Voraussetzungen geschaffen, dass die Mitarbeiter, die sich in der Telearbeit befinden, genauso sich im Team beteiligen können wie die Mitarbeiter vor Ort und dass die Datensicherheit über den Server genauso wie hier gegeben ist. 30 Kilometer entfernt arbeitet Grit Fitzer mehrmals pro Woche von zu Hause aus und profitiert von den neuen Regelungen. Für Bestall hat man hier einen kompletten Arbeitsplatz eingerichtet mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch, Computersystem, Telefonanlage. Somit bin ich total im Team integriert, wie wenn ich in der Hauptverwaltung wäre und es erleichtert mir die Kinderbetreuung täglich. Ein spezieller Verhaltenskodex regelt den Umgang mit Präsenz und Erreichbarkeit. Die Arbeitsgruppe Digitalisierung gestalten verankert das Thema auf allen Ebenen. Die Schwebeschall unterstützt ihre Beschäftigten auch mit einer eigenen Kita. Meine Frau und ich, wir arbeiten beide in der Schwebeschallgruppe. Und da ist es natürlich klasse, dass die Kindertagesstätte Fuchsbau in unmittelbarer Nähe zum Arbeitgeber liegt. Das sind kurze Wege und das erleichtert unser Familienleben ungemein. Mit einer eigenen Seniorenwohneinrichtung hat die Bausparkasse auch ein Angebot für pflegebedürftige Eltern von Mitarbeitern geschaffen. So weiß Thomas Heizmann, seine 86-jährige Mutter, in den allerbesten Händen. Es ist nicht so leicht, hier in Schwebeschall einen Platz im betreuten Wohnen zu bekommen. Vor allem in schöner Lage. Ein Anruf beim Arbeitgeber hat genügt. Wir haben einen Platz hier bekommen in ihrem bekannten sozialen Umfeld. Stadtnah, absolut tolle Sache. Familie und Beruf, das passt zusammen. Die Bausparkasse Schwebeschall zeigt, was alles möglich ist. Musik Musik Musik